Musik Und jetzt schnüffel meine Füße. Nee. Na, muss ich allein im Haus schlafen? Ich krieg Angst. Aua. Dung, dung, dung. So, drei. Drei, drei, drei. Grün, 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 südensea. Blau, wenn ich bitten darf. Ich weiß. Ich komm mal zu dir. Ich zeig dir mal das Brett mit Loch. Okay. Ups, wenn du das auch mal gesehen hast. Na, alter, lass du das mal. Dankeschön. Du bist ein Hamster. Ich bin im Lager. Ich bin halt zerrissen. So, zwei Maschinen. Ach, das ist dieses Hetze-Ding, mit dem ich nie was anfangen konnte und es mich voll gestört hat, immer. Kann man da auch was, kann man da die Rohre nicht durchmachen, so wie Place eben meinte? Nein, nein, das hat vorhin versucht, das geht nicht. Moderne Kunst. So, jetzt haben wir was, womit wir Hamster beschäftigen können, den Klotz mit Loch. Boah, das ist gerade ein Echo? Das Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha von dir oder was? Dann sind wir nicht sicher. Kann sein. Oh, hallo. Oh, ich hab' ich bei dir. Ja, ja, wie gesagt, das kann sein. Au. Eine Frage. Haben wir Flint schon irgendwo einsortiert? Keine Ahnung. Weiß nicht. Muss mal gucken, ob sie irgendwo steht. Guck mal für dich. Ja, man, das kann ja ein bisschen besser. Wahrscheinlich bei Keys. Ist auf jeden Fall nichts drin. Ich hab keinen Jetpack. Kann ich nachgucken. Ja, wie wär's nur mit Aufladen? Na, aber es ist auch fast leer. Deswegen hat sie ja keins. Hätte auch sein können, dass es leer ist und sie das immer noch mit sich rumschleppt. Ja, das mach' ich auch schon seit 10 Minuten. Wieso tropft das jetzt immer noch? Hoch. Ach, das war das Falsche. Au. Du, 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 du. Ich geh' nachgucken, Moment, kurz. Guckst du jetzt noch wo? Du hast dir da Zwindeln drunter gemacht? Nee, bei Keys ist es keine Einsortierung. Da auch nicht. Musst du dir Flint machen? Doch, hier, bei Feuerstein, äh, bei den Gegner-Trops. Bei den Gegner-Trops? Ja. Nee, aber da steht er wahrscheinlich da dran. Okay, tut's nicht. Ist irgendein Zombie. Zombie-Fight! Yeah! Ähm, ne, 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 mehr Kabel. So. Wir haben übrigens 10 Stück, falls du brauchtest. Äh, ich hab's schon. Danke. Nei. Auf offen, da vorne. Äh, ärgert mich die Query. Ich legge. Gucke weg. Ja, ich guck zur Query hin, ab 19 Frames. Gucke weg, ab 70. Siehste. Böse Query. Dang. Gucke ich halt nicht hin, ne? Gucke weg. Gucke weg. Sieh mich nicht an, ich bin hässlich. Oh, äh, das brauch ich. Hamster, haben wir eigentlich da schon einen Anschluss? Oder was rauspumpt aus der Erzekiste? Nein. Nein? Aber ich hatte die extra so gemacht, dass du da irgendwie gut pumpen konntest oder so. Glaube ich. Vielleicht. Ähm, warum? Wo gehen jetzt meine zwei Maschinenblöcke hin? Ich hab doch die schon gemacht, oder? Das sieht ja auch noch schick aus, ne? Das könnte ich ja auch nutzen, aber da... Ja, ne, da gehen ja Stelzen in den Ententeich. Das wäre voll fies. Oh, du bist voll fies, ey. Voll fies, ey. Voll fies, sag ich nur. Ich hab jetzt einfach ein paar Melonen hier auf dem Dach gesät. Einfach, weil du es kannst? Ja, weil ich musste dazu machen, weil das Wasser getröpft hat. Und dann einer konnte ich offen lassen, also kann ich da Melonen säen. Äh, Kürbisse. Nicht Melonen, Kürbisse. Oder hat dieser... Warum auch immer ich beides immer verwechsel, ich weiß es nicht. Also entweder nehme ich den See hinter dem Badehäuschen oder den See neben dem Hamsterkäfig. Was ist mit den Seen? Da kommt ein Ententeich dran. Ein Ententeich. Ententeich! Nimm doch den vorne beim Hamsterkäfig. Okay. Den habe ich extra ja gelassen. Den mochte. Oh, dann würde sich doch auch ein Ententeich anbieten. Du musst den Zaun aber... Oh, das andere ist so ein Kinderbadebecken. Also das können wir nicht als Ententeich hernehmen. Ach so, ja natürlich. So. Äh? Ich brauche schon wieder mehr Kabel. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Moment, habe ich da nicht noch was? Hast du jetzt oder hast du nicht? Hast du was, bist du was? Da, 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 da. Nehmen wir doch das. Das muss raus, das muss rein. Hast du nichts, bist du nichts. Ha, 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 ha. Ja. Da, 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 da. Lieber still. Ich hab niemals irgendwas gesagt. Ich hab nichts gehört. Das ist ne Lüge, du redest ja die ganze Zeit. Verdammt! Ich hätte meinen Schnauze halten. Lieber so als anders. Ja. Äh, ich glaube, wir wären hier so ein bisschen falsch, wenn wir nicht reden würden, oder? Wir können uns ja auch mal zwei Stunden anschweigen. Ne. Aber anspucken muss jetzt nicht sein. Bettestens nach fünf Minuten fängt doch eh einer von unseres Reden an. Würde durchaus möglich sein. Biers Baum, Finger weg. Ich glaube, wenn dem keiner fällt. Den sollte ich nicht abfällen, oder? Nein. Wäre eine schlechte Idee, oder? Ja. Okay. Hatte ich eh nicht vor, also egal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber hey, es sieht bestimmt wieder total schrecklich aus. Einsicht ist der erste Weg zur Besseren. Ja, hat mir aber nie weitergeholfen, ich war so nicht. Das ist nicht schön. Halt, das Ding habe ich ja schon gebaut. Das ist ja ein zu viel Gras. Achso, hier hat bestimmt wieder nebengehauen. Das kann passieren, ja. So, wir haben Schalkühe. Wow, ich sehe eins, zwei, drei. Dammelarme. Dammelarme? Dammelarme von der... Autsch. Super, jetzt bin ich in der Query und mein Jetpack ist leer. Jetzt muss ich da raus schwimmen. Kann ich ja auch eigentlich einer retten kommen, ne? Hamster, komm, spür mal Bademeister. Okay, ich mach mal. Der Badehamster. Ich bin Badehamster. Super, und jetzt habe ich noch nicht mal Wasser aufgesammelt. Aber ich muss aufpassen, dass es nicht dann wieder puh macht. Weil wenn ich im Wasser war und rauskomme, dann macht das immer so puh. Moment, da läuft ein Rie... Alter, hier läuft da wirklich. Ja, was denkst du? Jetzt wollte ich dich retten kommen, ja. So, wo hast du die Badbox hin gebaut? Ich bin rausgeschwommen. Toll. Menno. Will man hier nett sein, ne? Darf man nicht. Der Wille zählt. Das kann die von dir. Ja, ja. Ich brauche mehr. Mehr. So, was hat die Hamster da hinten für Pipes verbaut? Beide. Aber, ich brauche... Dohne. Geht das überhaupt? Hehe. Dann brauche ich Koppelstohne. Wir haben auch noch Pipes, ne? Ja, habe ich schon gefunden. Okay. Koppelstohne. Wir haben es da das letzte Mal. Ich laufe rückwärts Richtung... Was? Das bringt's voll. Der Moonwalkt zu Koppel. Ja, ich brauche es. Ja. Vor allem, du kannst F5 anmachen. Dann siehst du wenigstens, wo du hinläufst. Okay. Warum sind hier eigentlich keine Fackeln? Sieht schön aus. Ich mag Fackeln. Habt ihr ein drittes Bett da drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber ich bin da nicht drin. Aber ich habe mein Bett trotzdem dabei. Also kannst du nicht das zweite benutzen. Hä? Ich bin bei der Katze. Die Katze mag mich. Ja. Sau. Was? Waja. Ähm. Ähm. In 5 Minuten hätten wir Stunde 20 aufgenommen. Könnten wir dann Schluss machen? Ja. Gut. Stunde 30 ist Schluss. Wollte mich jetzt verassen. Wieso? Ich wollte da kann man so's bauen. Aber... Was hat er gesagt? Er will irgendwas bauen, glaube ich. Ich möchte die der Picknick kaufen. Wolle Rose kaufen? Nein, ich möchte die der Picknick kaufen. Wolle Rose kaufen? Äh, es ist ein Ressöffer. Haben wir See-Rosenblätter? Ich brauche See-Rosenblätter. Wo kriege ich See-Rosenblätter rein? Ich werde sterben. Vom Sumpf. Toll. Voll. Voll. Cool und cool. Ähm. In der Einrichtung gibt es ganz viel Sumpf. Wo gibt es Sumpf? Ähm. Wenn du vom Lager aus Richtung Haus und dran vorbei schlau und ticken links. Habe ich jetzt wirklich ein Holz zu wenig? Wenn du zu mir kommst, kannst du dir Holz geben. Hab ich schon, danke. Wird dann halt nicht. Totalee. Warum kann ich das denn nicht pflanzen? Was willst du pflanzen? Oh. Achso, ja, stimmt. Das ging ja nur auf dem ganzen... Ja, nee. Nee, alles okay. So, äh. Dass er heißt. Er heißt, dass er heißt. Dass er heißt, dass es heißt. Dass es heiß ist. Achso. Nee, das wusste ich nicht. Tja, 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 tja. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Ich hab noch... Klümpfe. Ich hab noch so wenig. Ich hab noch drei Minuten. Drei Minuten. Tja, tja, go, go. I'm standing away. Bitch. Oh, nee. Noch nicht. Noch nicht. Weißt du noch nicht. Die Pipe hat geschissen. Hä? Die Pipe hat geschissen. Weißt du Bescheid? Wollte ich nicht wissen. Sie hat schon rausgepresst. Weißt du Bescheid? Wo hab ich denn die jetzt hingebauten? Nee, da soll sie auf keinen Fall. Bin abgerutscht. Abgerutscht. So nennt man das heute auch. Okay. So, ist voll irgendwie voll schick geworden. Brauche ich nur noch... Wie war das? Vom Lager aus Richtung Haus und dann am Haus vorbei ein bisschen Dings. Machen wir dann Verabsch... Verabscheuung? Verabscheuung am Strandhaus jetzt, wo es fertig ist. Wie war nochmal die große Karte? Geht irgendwie nicht. Au. Normalerweise auf M. Glaub ich. Nein, 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 nein. NumPet 9. What the fuck? So. Sumpf. Sumpf, beeil dich. Du hast noch zwei Minuten, um gefunden zu werden. Wow. Jetzt hab ich grad wieder ein bisschen Legs. Hat schon wieder geschissen. So, ne, wegen dem Legs, ne? Ach, Moment. In die Richtung war doch am Anfang, wo wir gestartet sind, da war doch eh Sumpf. Jetzt geht's wieder. I think so. Oder auch nicht. Was ist das grad? Dreh dich mal testweise um. In die andere Richtung. Das hilft nix. Ich guck doch nicht mal zur Query. Vielleicht grad aber auch, weil ich dann durch die Gegend fliege. Ja, dann tue ich dir mal wieder nichts zu helfen. Ich fliege nicht grad jetzt. Genau, du fliegst durch die Gegend und er leckt, oder wie? Ja, wegen, ähm, 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 die Welt muss her, neu laden. Ach so. Ja. Ja. No motion. Hä? Ich hab das... Hä? Miep. Ja. Hab's da quietscht? Was los? Hast du dir deinen Sumpf gefunden? Das sowieso, aber... Kann mir einer von euch ein Schild machen? Dann und dann und dann und dann? Ich muss noch nach Hause fliegen. Ja, dann wird die Folge halt ein paar Minütchen länger. Ah, das ist soweit. Äh, gucken. Was hat Hamster da hinten für Pipes verbaut? Schon wieder. Na, Pipes halt. Viel Pipes. Obel ist ohne. Erpasst. So gehört Hamster, der ist mal zufrieden. Wow. Gibt's ja nicht. Awesome. 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 So. Oh, hallo Höhle. Ah, hast du die Höhle gefunden? Die ist toll, gell? Naja, die gefällt mir nur gar nicht. Weil hier, weil hier Pipes verlaufen müssen, ne? Oh, schön. Dann wird so zugemacht, die Höhle. Wow, da hat was gezischt. Ach, du Schande, da wäre beinahe was in die Luft geflogen. Das ist gefährlich. Ja, du hast keinen... Aber das ist wahrscheinlich der Zombie, den ich die ganze Zeit höre. Du hast kein Schild gemacht hier, oder? Nö, nur das halbe Sortiersystem ist weg. Nee, dann, ich bin jetzt zu Hause, ich mach mir jetzt gerade eins. Wie, das Sortiersystem ist weg. Es ist, der Creeper meinte, ihm gefällt's nicht. Äh, im Ernst? Ja. Ich hab keinen Bump gehört. Das war ein ganz leiser Furz, weißt du? Ich hab noch gesagt, leuchte alles aus. Ist doch alles ganz so normal. Sag doch, ich hab keinen Bump gehört. Na, er weiß. Musst ja trotzdem nachgucken. Oh, nee, das geht nicht. Dann muss ich hier runter. So, ich geh jetzt zum Strandhäuschen. Jo, bin auch gleich da. Jo, ich auch. So, hier. Oh, süß. So, Schild ist fertig. Ich fliege rüber, ich fliege rüber. Schneller, Hamster. Was, Hamster soll schneller rühren? Was macht n' Iria da? Geh die buddeln. Au! Äh! Gemein! Äh! Hey, Samster hat mich gehauen! Alter, was ist denn jetzt los? Bin drei Meter geflogen, Frau Schw 가지고 know. Uh! Voll die schicken Umkleiden jetzt hier. Oder sollen das Umkleiden sein? Gott. Da hab ich gesehen, das sieht auch voll chic aus. Azelat, 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 azelat. Ich werd sowas von schnell Arbeit haben. Alter, wie hier die Möwen abgehen, ne? Hm, deswegen habe ich mich vorhin schon so beschwert. Aber Wilma klappt Urlaub haben. Na, was macht ihr da Schönes? Wir sind, äh, äh, produktiv. Haben auf Tisch gewartet, ja. Ich warte doch hier schon seit 5 Minuten, ne? Ja, 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 ja. Mein Arsch. Am Arsch wohl eher. Ich baden. Gell, schick ihn baden. Wie schon. Aber jetzt macht er blub, blub, blub und geht nicht mehr rauf. Lays. Hier, schon mal ein paar Hosen für dein Grab. Hier, Ronimo! Ich sehe schon, ich muss noch einen Sprungturm bauen. Oh. Das war eine 8,0. Oh, das ist aber nett. Ja, von mir. Eins war eine 2,0. Wollen wir mal mit dem Lohnen zu kommen? Ja. Tschüss. Ich nehme meine Umkleide. Für jeden eine, aber das ist Zufall, ne? Darf man da durchgucken? Ey! Schön, dass wir immer die gleichen Ideen haben. Och Mann, ihr macht immer alles mit Brot. Ja, los Hamster, mach zu. Ja. Ich hätte noch eine Idee. Nein! Nein, mach das Blau wieder hin. Ich hoffe, gar nicht. Das hat euch wieder gefallen. Genau. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge der Tecke-Ziedlung. Jetzt macht's doch wieder hin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich einzusperren, ne? Au! Himmelschen, Trögen. Ich bin gleich wieder bei der Umkleide.